Damit ein herzliches Willkommen an alle Malibone Morgenpostleser auf Facebook und natürlich an das ganze Wizard 1on1 deutsche Community Board Team, User, je nachdem wer überhaupt mit zuhört. Wir machen heute für euch ein Let's Play zu Pirate 1on1, dem neuesten Spiel. Okay, so neu ist es auch nicht mehr, es ist schon knapp 3-4 Monate alt, aber trotzdem noch brandneu, wie die meisten kennen es, die meisten aber auch noch nicht. Und wir wollen euch heute einfach mal einen Einblick in das Spiel geben und mit der Zeit natürlich auch weiterspielen und mehr Background zu dem Spiel zu bekommen. Das heißt, einfach neue Welten sehen, kommentiert in Deutsch. Ich versuche auch, so gut wie es geht, die ganzen Texte auf Deutsch zu übersetzen und nachzusprechen. Vorweg, ich warne euch einfach mal, ich bin jetzt kein guter Sprecher in der Hinsicht mit Stimmenverstellung und so, aber ich werde mein Bestes geben für euch. Ja, ist bestimmt auch für diejenigen interessant, wo nicht so gut Englisch können. Mein Englisch ist jetzt selber auch nicht das Beste, deswegen werde ich jetzt nicht alles Wort für Wort übersetzen, aber so gut wie es geht, möchte ich sinngemäß aufs Deutsche hinaus übersetzen für euch. So, ich hoffe, ihr habt Spaß und ich denke mal, dann legen wir einfach mal direkt los mit der Charaktererstellung von Pirate 1-on-1. Irgendwo in der Spirale. In Deckung, hier wird gleich was hochfliegen! Ist das der Gefangene, den wir suchen? Ja, um zu sagen, du da, ich seh dich durch meine Augenklappe nicht. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Finde mal, wir sind natürlich ein Junge, diesmal. Wie ist dein Name, Pirate? Was ist dein Name, Pirate? Da wird's ja ein bisschen schwer, wo man dann bezahlen muss. Deswegen weiß ich nicht, wie viele von euch das Spiel überhaupt spielen. Wenn nicht, ist es natürlich auch nicht so schlimm. Hier benutzt man das Let's Play. Durchstreifen wir hier die Unweiten der Spirale als Pirat, alleine oder mit euch, wie ihr Lust habt. Ihr könnt natürlich auch Kommentare schreiben, ihr könnt euch immer beteiligen, was sollen wir als nächstes machen. Aber das ist ja erstmal das erste Let's Play. Bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. So, jetzt suchen wir uns hier aber trotzdem erstmal noch einen Namen aus. Ja, ich hab mich noch ein bisschen hier verkünstelt, aber wir haben mir irgendwie alle nicht so gut gefallen. Deswegen haben wir jetzt einfach den Red Connor Mickelson genommen. Da haben wir dabei Pleizen und jetzt geht's mal weiter. Wie ich die gesagt habe, ehrlich ist es? Hm, vielleicht. Wenn du der bist, wo er sagt, dass du es bist, beweis es. Wir wissen, dass du ein Waisenkind warst. So, wie hast du deine Eltern verloren? Verschwunden bei der Suche nach vergrabenen Schätzen? Nun, das ist mal ne Geschichte. Sie ist zwar in einer positiven Seite, vielleicht sind sie ja nicht tot. Sie können sich genauso in einem Dungeon verlaufen haben. Ja, genau. Wupp, weg waren sie. Witzig gemacht. Auf jeden Fall. Wo bist du aufgewachsen? Bei den Hunden von Maliborna aufgewachsen? Dein Pflegefahrer war also einer der Rotratte. Aber wie bist du eigentlich hier gelandet? Nächstes Verbrechen wirft dir die Armada vor. Du wurdest beim Schmuggeln von Waffen für die Verteidigung geschnappt. Ah, du musst also ein Musketeer sein. Musketeers sind gut im Umgang mit Feuerpistolen. Immer ein Auge an der Kimme und eine ruhige Hand. So, jetzt. Das übersetze ich jetzt mal nicht, weil der blabbert einfach nur wieder, wie Mel Einfuss damals halt gesagt hat. Wie siehst du aus? Meine Augen spielen mir streiche, junger Mann. Ja, also rumgenommen, ähm. Die Charaktererstellung, Gesicht, Hut, Haarfarbe, Haare, Kleidung, Schuhe, alles was wir wollen. Ich hab mich da auch mal ein wenig verkünstet. Es soll ja nach was aussehen. Aber so lange hab ich das jetzt auch nicht gebraucht. So. Also der Hut gefällt mir jetzt noch nicht so. So, ich mein, wir können natürlich gleich so einen richtig geilen Piratenhut hier nehmen. Aber wir sind ein Anfänger und wir wollen ja nicht die Nase zu hochheben, oder? Deswegen nehmen wir jetzt mal diesen coole Bandage, Bandage, keine Ahnung, wie man das sowas nennt. Mütze. Keine Ahnung, frag mich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne, ich weiß es nicht, wie man sowas nennt. Ja, obwohl irgendwo hab ich das schon mal gehört, aber irgendwas mit S, glaub ich, oder mit B. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hier die Schuhe wählen wir jetzt noch aus. Ja, die sind nicht schlecht, aber nehmen wir doch nochmal andere. Ja, die passen. Vielleicht mal in der Farm noch schauen. Und, ich mein, wir bekommen nachher später eh wieder zigtausend neue Rüstungen. Das heißt, dieses Outfit werden wir wahrscheinlich nicht allzu lange anhaben. So, und dann geht's weiter. So, jetzt ist auch nochmal etwas Neues im Pirate 101. Man kann seine eigene Flaggen für die Piratencrew erstellen. Ähm, wo später dann auch seine D-Crew-Mates. Man hat immer ein paar NPCs dabei, die einem helfen im Kampf. Die werden dieses, äh, diese Flaggensymbole auch auf ihrer Rüstung oder irgendwo tragen. Hab ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber schauen wir später nachher immer im Spiel selber nach. Auf jeden Fall kann man sich ja auch ein bisschen verkünsteln. Wahrscheinlich kann man sich später im Kronen-Shop auch noch neue Symbole kaufen, wer es braucht, natürlich. Aber ich finde, hier hat man schon eine gute Auswahlmöglichkeit dabei. Sie war schön, das zusammenzustellen. So, wir sind jetzt einfach mal die Fuchspiraten. Keine Ahnung, was wir darstellen wollen. Aber ich fand das eigentlich relativ cool, den Fuchs mit so ein paar Farben. Jo, lass mal so. Also, jetzt geht's auf ins richtige Abenteuer. Jetzt lass uns aus dieser Zelle abhauen. Es gibt wichtige Aufgaben zu erledigen. Hi, ich bin Wing Chun. Ich muss mit dir gehen. Ohne mich wirst du schnell verloren sein. Komm, wir gehen. Du hast ein Kompagnon bekommen. Er wird dir im Kampf helfen. Mit Glück wirst du in einiger Zeit eine ganz große Crew zusammenstellen. Oh, das hört sich schlecht an. Wir sollten besser schnell raus hier. Schnell. Geh am Ende des Flurs die Treppen hoch. Den Gefangenen ist es nicht erlaubt zu pflichten. Schnappt sie. Wir müssen uns den Weg zu unserem Schiff freikämpfen. Lauf gegen die Armada-Verteidiger, um den Kampf zu beginnen. Oh, bin ein bisschen desynchron gerade, aber macht nix. So, jetzt, ich werde dir nicht alles übersetzen hier, was hier ist, weil das meiste ist auch so ein bisschen bla bla bla. So, jetzt auf jeden Fall hier kommt, ähm, das neue Schlachtfeld. Es ist aufgebaut wie ein, ja, Schachfeld- oder Brettspiel-Art. Und hier bewegen wir unseren Charakter, um unsere Kämpfe zu koordinieren. Das heißt, wenn wir zweifeln Gegner wegstehen, müssen wir erstmal ein paar Felder vorgehen, um in Kampffositionen zu gehen. Das heißt, wir können nicht über zehn Felder drüber hinweg schießen. Joa, genau. Also man sieht es eigentlich, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Naja, ich denke mal, das ist mit so einem System, leicht zu meistern, äh, warte, wie geht das Spruch? Leicht zu handhaben, schwer zu meistern, sowas. So, jetzt stehen wir zum Beispiel hier, ähm, ganz direkt am Gegner. Jetzt können wir ihn auch immer richtig angreifen. Jetzt wird uns das kleine, äh, Wing-Wing-Jung, oder wie heißt der? Wird uns jetzt helfen. Im Kampf, den können wir auch koordinieren, wen er angreifen soll. Und dann lassen wir ihn mal seinen Attack, an, seinen Angriff durchführen. Sehr stylisch, natürlich. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Ach, es geht sogar mal weiter. So, au, da schießt er. Können wir natürlich nicht gefallen lassen. Steh nicht nur rum, fangt sie. Ja. So, jetzt kriegen wir uns den ersten Special-Skill, den können wir unten hier auswählen, da wo der gelbe Fallgrad fett und groß drauf zeigt. Das ist so eine Art Blitzangriff, damit treffen wir mehrere Gegner gleichzeitig. Oh, ne, das ist ein stärkerer Angriff. So, so war das. So, aber jetzt kommt hier uns, dieser Kapitän hier, Barabossa, wie auch immer der heißt, Mark, uns zu Hilfe. Mit dem können wir jetzt einen Special-Skill ausführen, wo mehrere Ziele angreifen tut, was natürlich sehr cool ist. So, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen, wie das aussieht. Das war unser Special-Skill, der hat natürlich richtig reingehauen. Das kommt hier, der Wing Chun mit seinen super-coolen Moves. Und er hier wird auf ein paar Kanaden rein. Ja. Beeindruckend. Wir haben dich wohl unterschätzt, die Jünger-Pirat. Deine Freunde werden dieses Mal nicht da sein, um dir zu helfen. Du wirst es noch bereuen, die Armada zu deinem Feind gemacht zu haben. Genieße deine Freiheit, solange du kannst. Boah, ist der gemein. Pufft weg, ist er. Darauf verzieht sich der Armada an Hira. Er ist weg. Die Explosion bei mir hat mich richtig mitgenommen. Ich kann kaum noch sehen. Pirat, geh auf mein Schiff. Du musst uns zum nächsten sicheren Hafen segeln. Alles klar, machen wir doch sehr gerne. So. Alles, was jetzt kommt, werde ich nicht übersetzen den ganzen Text, weil das ist mir... Bla, 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 bla. Nicht so wichtig. Tutorial-Text. Das kann ich euch auch so erklären. So, jetzt werden wir erstmal lernen, wie wir unser Schiff überhaupt steuern. Wir müssen natürlich zum... Ja, nennt mich ein Noob zum Lenkrad gehen. Wie nennt man denn das hier? Das Steuer vom Schiff. Steuer. Oh Gott. Ihr merkt schon. Ich hab's nicht so mit Schiffen. Ganz normal mit X drücken zum Bestätigen. Und dann kommen wir in diese Luftansicht von einem Luftfreiraum-Schiff. So, mit der Leerpaste bestätigen wir, dass wir den Anker hochziehen, damit wir losfahren, düsen, fliegen, wie auch immer können. Joa. Und mit WASD bewegen wir uns natürlich auch mit unserem Schiff. Joa, da hinten, die Insel, sehen wir schon. Und da werden wir nachher ankommen. Aber jetzt erstmal gilt es, dieses Schiff der Armada noch zu besiegen. Die greifen uns nämlich schon wieder an. Das Interessante daran ist, ähm, umso näher man am Schiff dran ist, wird das Auto... äh, unser Schiff wird dann automatisch auffeuern. Das heißt, solange wir in Reichweite des Schiffes sind, von dem Gegner, wird unser Schiff automatisch feuern. So, oben sehen wir da, wo der Fall grad leuchtet, ähm, ist die Lebensanzeige vom Schiff der Gegner. Wenn die auf gelb fällt, könnten wir das Board entern und dort auch einen Kampf machen, was jetzt in dem Tutorial leider nicht geht, weil wir müssen das jetzt komplett zerstören. Da werden uns auch mal die ganzen Skills gezeigt, die wir haben. Und der erste, ähm, macht so ein paar Feuerkanonen, Special-Kanonen. Der zweite haben wir grad gesehen, da kommt so ein Zeus hoch und greift das Schiff an. Der dritte Skill, ähm, weiß ich grad nicht mehr. Sorry, muss ich später nochmal schauen, wenn wir einen echten Live-Let's Play machen. Ich seh's grad nicht so gut. Der vierte Skill heilt uns auf jeden Fall. Hab das ein bisschen vorgesprungen und übersprungen, weil... Das ist Tutorial. So, wenn wir den, äh, Z-Rücken auf der Tastatur, dann kriegen wir hier so einen Speed. Und dann fahren wir jetzt hier in diese Luftlinie rein, damit wir hier, ähm, sicher sind vor gegnerischen Angriffen. Und wir sind auch schneller, wenn wir in diesem Ding sind. Ja. Die Blabangehals so ein bisschen. Also wenn man sich auf dieser Linie bewegt, ist es so wie, äh, auf dem Seitenweg von Wizard City. Man kann nicht angegriffen werden, man ist so gesehen safe. So. Hier wird uns jetzt nochmal einiges erklärt, was diese Symbole auf dem Schiff sind. Manche geben uns positive Buffs. Zum Beispiel, dass unser Schiff repariert wird oder unsere Kuh geschützt ist. Andere wiederum, ähm, vergiften unsere Kuh das Essen oder... ähm, lösen Feuer auf dem Schiff aus. Was wir uns jetzt mal hier genauer anschauen werden, die Symbole. Machen wir erst das erste. Ja. Also, äh, wenn wir, wenn das, die wir auf unserem Schiff haben, dieses toxische Symbol, dann tauchen hier halt... ...fallen auf, die unserer Crew fe... äh, Schaden machen. Das Feuer-Symbol, äh, bedeutet halt, dass auf unserem Schiff, wie gesagt, Feuer drauf ist, was natürlich auch nicht so toll ist, wenn wir da nah dran stehen. Okay, wenn das noch mal ein paar andere Buffs, wie das Schiff reparieren oder... ...Super-Kanonenschüsse... ...oder das Eis-Symbol halt, dass die Gegner... äh, halt einfrieren. So, ganz genau, mit dem Schiff, soweit war ich und spiel jetzt selber noch nicht. Ähm, hab ich noch nicht rausgefunden. Außer im Tutorial, aber gut, das erklär ich euch halt dann später, oder ihr seht's ja dann, wenn wir soweit sind. Aber jetzt geht's erstmal auf zur Insel. Sind wir natürlich ganz gespannt drauf. Das Tutorial verlassen, jetzt wird's ernst. So, aber ich denke mal, jetzt müssen wir den Cap finden auf der Insel. Das ist so der neue Mel Ambrose. Good luck and good hunting. Dankeschön, sag ich mal. Und damit würde ich sagen, haben wir unser erstes Video erfolgreich überstanden. Ich hoffe, ich hab nicht allzu viel rumgeplappert oder Wirsing, Wirsing erzählt. Wirwahr erzählt. Ja, ich hoffe, ich hab's... Ja, boah, seht ihr, es ist schon spät. Ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist der erste Teil von Pirate 101, dem Tutorial. Ähm, schreibt euch gerne die Kommentare drunter, wie es euch gefallen hat. Ob ihr weitersehen wollt oder ob ihr vielleicht sagt, lasst den Piep. Brauchen wir nicht. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und im nächsten Let's Play geht's dann richtig los mit Pirate 101. Ciao.